Willst du rüberschwimmen? Nein, oder ich weiß es nicht, also Irgendwann will aber nicht Gut wenn die nicht zu uns kommen Allein die Wölfe da werden Ultra High Level sein, ne? Na aber mal kurz rüberschwimmen, warte mal Ich schwimm mal kurz rüber Du kannst in dieser Regierung keine Claims setzen Nee, ich will doch keine Claims setzen, ich will nur rüber entdecken, warte mal Ich mag das jetzt mal probieren Weil ich ja so vollen Schrank habe Pass mal die Claims Mach auf die Ach so, wenn ich da klammert, muss ich noch etwas ziehen Ach so, fein Oh, drüber da Erstmal unter Wasser gehen Ich hab noch einen Fehler Oh Gott Bären, Wölfe, also Bären tun ja schonmal nichts Hoffentlich Bei der Powerstone Insel Ey, sind die mal fett Okay Diese Covery sollten die mal irgendwie abändern Oh, Kopflicht Der Wolf an die Rand, Alter Fuck dich Der ist schnell, aber nicht schwer Oh, der schwimmt ja im Wasser auch noch Da greift er nicht immer so schnell Ich soll davon Oh, der Golem, ach du Scheiße Die kommen ja auch ins Wasser Ja, 138 Den lock ich nicht zum Boot Äh Äh Wollen wir mal, probier doch an Land zu kommen Oh Ach du Scheiße ist der groß Der hat mir einer richtig gegeben Der hat mir einer richtig gegeben Eine Kelle Ähm Ich schweine mal auf Prinz1 Also Ich warte, ob er sich wieder reinscheinen kann Ach du Kacke Der wurde einfach gespawnt, klobig Ja Er kann nicht so plötzlich hinter mir gewesen sein Ja Mit Roll Ja Also der ist halt die Anscheinend ist der ins Wasser gerannt oder gespawnt Also ich hab ihn auf jeden Fall nur im Wasser aufglocken sehen Die stehen jetzt am Land Also es ist nicht so einfach Nicht, dass die der Bootküsterklappen kommen Oh, das hört sich krass an, wenn der läuft Das hört sich krass an, wenn der läuft Das hört sich bisher Ich probier's nochmal, ey Ab ins Wasser Ich will mal so weit wie möglich an Land rankommen Oder ins Land Oh, fängt er an zu schreien gleich Der ist richtig wütend, der ist richtig wütend Der kommt dann ran Ach scheiße, die Wölfe sind viel zu schnell Da habe ich gar keine Chance Boah Also die sind stinksauer Also das ist nicht so einfach Ich hoffe, der ist jetzt nicht zum Boot gerannt Ich würde schon gerne mal auf so'n Seeklob schießen Ja, Reinl Willst du doch nochmal einloggen und wir beschießen Und wir beschießen Ich auch nur selber Er macht das schon Ja Erstmal K3 schwimmen Äh, hier ist irgendwas Ich mach erstmal die Segel auf Willst du nicht erst rüberschwimmen kurz, ohne Klamotten? Blöd Wieso? Wieso? Die Feinde, da sterbst du doch nur Hast du aber den aufgedeckt, na egal Mal, äh, drehen wir zur Seite ein bisschen Dann können wir nach Freizeit Bis zum ersten Mal, warte noch die Segel wieder auf Na, drehen kannst du auf der Stelle, ohne Segel oder Reni? Ja Will ich ja gar nicht Will der tolle Vater befolgen Will der auch einschießen Ich hab auf einen geschossen, ich hab an dem geschossen Äh Der liegt eben stark Hab ich eben angeschossen Achso, aber schon Genau, da kann ich gar nicht rum Wie und wie Verfolgt und ja Wasser Echt jetzt? Oh, ich muss Reloaden Warte Warte Ich geh mal weg Von hinten oder rein? Weißt ja niemals Drehen wir nochmal bei Ja, mach Warte, okay Du machst natürlich einen Schaden gegen die, das ist nicht Ja Das ist nur die Frage, ob ich die Segel richtig gestellt habe Dreh, Dreh 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 Beim Brenner ist mal egal Ja, aber Fahrt noch drin Ja, doch Das ist cool So Also geh du mal auf Schießposition, also geh du mal ran Wegen den Schießen, wie ihr seht Na, ich weiß nicht wie es geht Woher denn? Bauer angeblich Am meisten Das ist für die Lugen auch Äh, die kannst du auch irgendwie mit Befehl aufmachen, oder? Ja, mit Befehl Brenner, unser Captain Oh, ey Soll ich mal auf jemanden und die Schießen schon raus Shit Die Schießen auch Mann Können sie gar nicht raus schießen Oh Die größten nicht, das ist nur gegen die Schöne, ne? Eigentlich hätte ich ja schon Bock weiter zu zocken Mit einer schlagkräftigen Armada So, Dreh nochmal bei Dreh selber Ja Ich würde sogar mal glatt anhalten jetzt hier Ja, ja, reicht niemals bis rüber Ich würde sogar mal glatt anhalten jetzt hier Oh, wir sind sehr nah Also, das ist schon echt krass jetzt Ja Das ist schon echt krass jetzt So Wow, wow, wow Was genau? Ja, Mann Ja, Mann Cool, wir haben nur ernst, hüttet Also, der vorhin war ja direkt im Wasser drinnen Ja Volltreffer Also, drei Dinger getroffen Ah, jetzt zieht der wirklich nicht ab Bei den 50 Dinger nun Also, hier ist ein verlassenes Schiff Aufgegeben werden Krass, hier reißen sogar die Bäume, hast du sie Krass, hier reißen sogar die Bäume, hast du sie Ich bin nicht Ich bin noch ein bisschen lang gerade Ich bin noch ein bisschen lang gerade Oh, guck dir mal den Abhang da drüben an Kommt zu rein Der Sena mit seinem Floß ist ein schon weit heran gekommen, aber da ist auch nichts mehr drauf wie der eh noch rüber guckt oder so, ein bisschen stehenflame aber ganz ehrlich, wie würd's denn da an land kommen wenn du da die siehst, da sind viel zu viele, egal wie stark du bist, wie welche Armee du hast, wenn du da legendary Waffen hast, da erzählen die Rolle stehen was, könnten 10 dropped rattlesnakes sein, das wär schon gesehen, ob die zu high level noch sind, waren noch level 100 oder so, konnte ich gerne, also 143 oder so, hat mich tot gemacht jeder Einzelne haben in der Zähne auch einen Haufen stehen, die über die komplette Hinschle naja, am Bär, am Gebirge könnte man anlegen, da sind anscheinend keiner, oder wir sind mir nicht nahe noch dran ganz schön viel verlassene Boote, das ist bestimmt noch alles aus der Anfangszeit krass, geh mal um, die Strukturen, die sieht doch gut aus ach, ich hab ja die mir empfehlen, klasse bei ja, die vierte ungefähr so, wie bei uns ok, da drüben steht ein Golem, also anscheinend sind die wirklich im Gebirge nicht da nur im Tal, Ena na gut, na gut, na gut, na gut mit dem, was wir haben, werden wir da nicht ausrichten ok, da steht auch wieder Ena wollen wir mal einen ranlocken? gut zu gut zu